Die Artweger Twinline macht's möglich. Die Artweger Twinline ist immer die perfekte Lösung. Sie ist eine Dusche, wenn Ihnen nach Duschen ist. Oder eine Wanne. Wenn Sie sich entspannen wollen. Die perfekte Technik sorgt für Sicherheit auf Knopfdruck. Vom automatischen Verschluss des Ablaufs. Bis zum eingebauten Sensor, der beim Füllen der Wanne für die automatische Verriegelung der Tür sorgt. Die Artweger Twinline schafft mit ihrem einzigartigen Design mehr Platz im Bad und ermöglicht Lösungen, an die bisher nicht zu denken war. Musik Achtweger Twinline – das 2x1 im Bad Musik Achtung Vielen Dank.